Sommerplatz Heidelberg. Eine weitere Ausgabe unserer Reise für junge und junge Liebende führt uns zum ersten Mal nach Deutschland in die Nekarsland Heidelberg. Die weltoffene, romantische und moderne Stadt ist genau das herrige Franzosenplatz. Sie gilt übrigens als eine der schönsten Orte Deutschlands und ist für Besuch aus allen Ecken der Welt ein begehendes Reisenziel. Die zigtaus Studenten und Wissenschaftler aus aller Welt prägen das Stabil. Sie beleidigen nicht nur diese unbeleidigte Lehrer, sondern machen Heidelberg zu einer sehr internationalen und vor allem studierenden Stadt. In der über 40% der Einwohner jünger als 30 Jahre alt sind. Fein in der unteren Gasse Vor allem wegen den vielen Studenten läuft in den Garten Heidelbergs so einigen reichsreiche Tage, dass sie am besten in vielen Bars bleiben und besser ausklängen. Fein in der unteren Garten Heidelbergs so einigen Ausklängen. Fein in der unteren Garten Heidelbergs so einigen Ausklängen. Fein in der unteren Garten Heidelbergs so einigen Ausklängen. Fein in der unteren Garten Heidelbergs so einigen Ausklängen. weil es nicht in den Morgen schon ist. Denk auch so nett. Nach einem Dutzend und Nacht ist ein Schiffhaus, bei der man sich einfach zurücklehnen kann, und genau das richtig wird. Wir werden allerdings nicht irgendeinen Schiff nehmen, sondern den größten, modernsten Innenstadt-Schlagkameran der Welt. Mit dem Namen Nekka-Sonne werden Sie ihr Ausblick auf die herrliche Landschaft und die Stadt Heidelberg, in der Erde, auch guttendlich gewöhnt. Das ist ein Schiffhaus. 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 Das ist ein Schiffhaus.